It's your boy, Skinny Pee. Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Video. Ich wollte mal wieder Danke sagen. Danke an alle, die am Start sind. Natürlich auch willkommen an alle, die ganz frisch jetzt, äh, dazugekommen sind. Warum ist denn der da unten, der eine? Ich freue mich natürlich immer, neue Leute begrüßen zu dürfen. Die, please. Übrigens das erste Mal seit langem wieder ein Arms Race hier, live. Oppala. Mal gucken, wie es so läuft. Und während ich das hier spiele, werde ich mich immer und immer wieder bei euch bedanken. Es freut mich natürlich auch sehr, dass wir eigentlich in jedem Stream mindestens eine neue Person begrüßen dürfen, ja. Selbst wenn die Leute wegen Giveaways, äh, kommen, ist mir das natürlich erstmal wurscht, ja. Äh, der Grund, weshalb sie bleiben, ist dann der, der mich glücklich macht, ne. Und das ist dann meistens die Community, beziehungsweise einfach die, ähm, Art und Weise, wie wir gemeinsam Dinge, wie zum Beispiel den Stream, handhaben, ja. Wie wir gemeinsam Spaß haben, spielen und so weiter und so fort. Oh, shit. Die Map ist aber auch, ey, haarig. Ich spiele viel, viel lieber auf der, auf, auf Lake oder sowas, aber nicht auf der, auf der Wurst-Map. Ich kann doch nicht nach unten schießen, das wisst ihr doch. Ah, 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 ah. Natürlich auch nochmal ein extra Dankeschön an alle, die halt so krass großzügig sind und, und so viele Subs raushauen und spenden und was weiß ich alles. Absolut insane, danke dafür. Logischerweise auch ein separiertes Dankeschön, oh, an alle meine Patreons. Einfach schön, dass ihr da seid. Aber, um es auch extra festzuhalten, äh, natürlich auch ein Dank an alle. Also, egal, ob man jetzt, äh, was man jetzt macht, in welcher, in welchem Bereich man sich wiederfindet. Egal, ob es jetzt einfach Zuschauer ist oder, oder Follower oder Abonnent oder sonst was. Butz. Einfach danke. Es macht einfach so Bock, gemeinsam immer mehr und größer zu werden, die Community aufzubauen. Wir haben so viele coole Persönlichkeiten bei, oh, müssen die mich jetzt eigentlich alle killen? Können die Feinde nicht auch cool sein und mich einfach lassen? Leute, ich bin das erste Mal seit 30 Jahren wieder live am Arms Racen. Könnt ihr mich bitte gewinnen lassen? Ja. Nein, nein. Er kriegt mich nicht, der Dackel. Warum habe ich keine AWP eigentlich? Oh, oh, da ist sie ja, da ist sie ja schon. Wie gerufen, die kommt wie gerufen. Oh no, oh no, oh no. Okay. Im Moment kann ich mich noch ganz gut an erster oder zweiter Stelle halten, aber bei Arms Race geht es ganz schnell auch mal wieder bergab. Ganz schnell. Vor allem, wenn du die verkackten, oh, Pump, Pump-Schrotflitten hast, wollte ich eben sagen. Bitte. Kann ich dich bitte wegladern? Danke. Er hat mich noch. Hallo, ich. Ja. Oh, Revolver. Das wird jetzt Spaß, Leute. Nein. Bitte, bitte, schnell. Bubbler. Nein. Bubbler, seid nicht dumm. Ich bin halt echt ein Revolverschütze wie so ein Dackel. Oh, die trappen uns gerade hart, ne? Nein. Sie überholen mich. Die Lappen überholen mich. Ja. I got you, Bro. Na also. Kackwaffe ist wieder weg. Komm, die habe ich. Die habe ich, oder? Jetzt ist es halt eine reine Glückssache, wie wir da rumkommen. Ich hoffe, dass ich hier überhaupt noch wegkomme aus dem ganzen Getrappe. Okay, Leute. Das wird gerade etwas arg schwierig. Aber was sagt ihr eigentlich zu den Urban Shocks hier? Sweet, oder? Na. Kann man mal klopfen. Okay. Ich gehe mal unten lang. Hoffentlich kann man hier noch was abgreifen. Also man merkt, dass die Tees auf jeden Fall etwas stabiler stehen. Oh, oh, ah. Ich werde es nicht hinkriegen. Ich werde es nicht hinkriegen. Ich habe das Look nicht. Ich werde es, glaube ich, nicht schaffen. Der eine hat jetzt schon ein Knife. Alter, stirbt doch mal. Okay. Hallo. Bitte, keine Schüsse von hinten. Vielen Dank. Ich versuche ihn einfach. Nein. Knapp. Knapp. Oh. Oh, schade. Schade Schokolade. Ein verdienter zweiter Platz. Was soll es? Komm. Wir sehen uns dann jetzt gleich wieder im Livestream um 22 Uhr heute Abend. Geht es wieder weiter. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank nochmal für alles. Und willkommen hier bei den Dumba-Plan auf dem YouTube-Kanal. Twitch ist ja verlinkt, wisst ihr ja. Und alles andere auch. Also Twitter und so weiter. Und die Steam-Gruppe natürlich kann ich euch nur wärmstens empfehlen, ja. Die Dumba-Plan nennt sich die Steam-Gruppe. Und natürlich unseren Discord-Server ist auch alles unten. Da könnt ihr Kontakten zusammenfinden und dann gemeinsam zocken. Oder halt sonst wie was machen. Dann bis gleich im Stream. Ciao, ciao. Und vielen Dank für das Knife. Bis zum nächsten Mal.